Heute untersuchen wir mal die magnetischen Eigenschaften von Mangan-2-Sulfat. Ich finde es recht erstaunlich, dass ein so simples Salz einen so starken Magnetismus aufweisen kann. Die Reaktion habe ich bei Periodic Videos gesehen und musste es einfach nachmachen. Also, zu den Geräten. Wir brauchen ein Uhrglas, einen Spatel und einen Magneten. Und dementsprechend noch Mangan-2-Sulfat. Sofern das Salz Kristallwasser gebunden hat, lässt sich eine leicht rosa Farbe erkennen. Hierbei würde ich vom Monohydrat ausgehen. Nun wird der Magnet über das Salz gehalten und man kann recht deutlich erkennen, dass dieses Salz paramagnetisch ist. Paramagnetismus ist eine Eigenschaft, die auftritt, wenn ein Teilchen ungepaarte Elektronen hat. Je mehr ungepaarte Elektronen, desto größer ist das permanent magnetische Moment. Und Mangan in der Oxidationsstufe plus 2 hat für ein D-Block-Ion das höchstmögliche magnetische Moment. Abhängig vom Liganten des Komplexes kann es aber auch sein, dass die zwei Elektronen im EG mit zwei der drei T2G-Elektronen gepaart werden. Man spricht in dem Fall von einem Low-Spin-Komplex. Dieses Mangan-2-Ion ist offensichtlich aufgrund des hohen magnetischen Moments in einem High-Spin-Komplex gebunden. Damit verabschiede ich mich. Tschüss! Ich bin ein D-Block-Ion. Ich bin ein D-Block-Ion. Untertitelung des ZDF, 2020